Die Herausforderungen bei Dienstplänen im Krankenhaus sind ganz klar die Mindestuntergrenzen, die auf Stationen vorgegeben werden. Also wir müssen die Patientensicherheit gewährleisten, indem wir genug qualifiziertes Personal auf den Stationen haben. Das heißt für die Stationsleitung, sie müssen natürlich diesen Dienstplan so schreiben, dass wir an jedem Tag fähig sind, die Leute zu versorgen. Zusätzlich müssen wir aber auch die Urlaubspläne und die Freizeitwünsche der Mitarbeiter berücksichtigen. Und da haben wir schon eigentlich die größte Herausforderung bei den Dienstplänen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017